Peace Leute, was geht? Willkommen auf unseren Kanal. Hier einmal Meeting Games und Junus Mesutem und heute machen Fortnite Packs auf. Ja und Like abonniert damit ihr keine weiteren Videos verpasst. Ja und ja und kommentiert das Video und es ist egal. Teilt das euren Freunden und so und Familie, jeden und ich hoffe, unsere Videos gefallen euch. Das wird euch sehr, sehr freuen und let's go! Und wir labern nicht dran rum und öffnen jetzt die Fortnite Packs. Ja, ja, ja. Er öffnet es erst jetzt. Mal gucken. Na, ja! Ich mach noch! Ähm. Aufmachen? Ich mach noch mal. Du hast die Ritze. Ja, macht nur Spaß. Natürlich, etwas von 3 Millisekunden gemacht. Guck hier. Okay. Und nur ihr dürft die Karten sehen. Wir gucken extra nicht hin. Okay, hier. Wir gucken nicht hin. Die erste Karte. Po. Okay, stabil. McDonalds-Arbeit-Tarren. Okay, dann. Okay, die zweite Karte. Po. Oha, das ist ein OG-Skin in Season 10. Ja, die ist geil. Ja. Okay, wir machen die nächste Karte. Und dann. Und? Und? Oh, mit einer Piste. Schwule. Ja, mit einer. Das war nur ein Spaß. Okay, Piste. Und? Oh, eine Spitzhacke. Sieht echt cool aus. Und hier ist noch eine. Ja, das ist die gleiche. Und hier seht ihr auch diese Diamanten und so. Sieht echt cool aus. Schreibt mal in die Kommentare von 1 bis 2, wie krass ist die Spitzhacke. Und? Next. Und? Auch eine Spitzhacke. Und? Auch eine Spitzhacke. Und einmal umgedreht. Krass. Ja, ja, ja. Episch. Und? Porn. Ah, das glaube ich, also nicht so neu, aber auch nicht so alt. Ja, ja. Und? Und? Dann? Uuuuuh. Tschüss. Das sieht echt cool aus. Ja. Und jetzt machen wir mal weiter mit meinem Fett. Hier. Ich mach's mal auf. Okay, okay. Das ist gut. Vergiss nicht zu liken und abonnieren und kommentieren, damit ihr nichts weiteres verpasst. Ja. Sehr, sehr wichtig. Das würde uns sehr freuen. Ja. Und dann wissen wir auch, ob euch unsere Videos auch gefallen. Und die erste Karte ist... Uuuuh. Boah. So eine Frau. Pinky Minky. Pinky Minky. Okay. Pinky Minky. Und Leute, gut. Und like abonniert, weil ich bin ein bisschen krank. Aber ich mach's für euch sogar noch weiter. Und eine Landkarte von einer Fass. Ich cool aus. Machen wir mal direkt weiter. Mhm. Damit das nicht so langsam geht. Und? Äh, Entschuldigung. Uuuuh. Ist das nicht die gleiche? Nein, das ist ein anderer. Sieht echt cool aus. Ja, Ochsen. Okay. Und? Next. Woa. Tschüss. Einfach Billiard oder so. Einfach der weiße Billiard ist einfach abgehauen. Und es ist einfach ein Fortnite jetzt. Ja. Bei letzter Folge, schaut euch das an. Ich hab den schwarzen. Der ist Haram. Und den darf er nur am Ende finden, wenn man alle kriegt. Und? Und? Eine Frau mit einer Person. Hier sieht ich hier nochmal die Person. Und die Frau. Ja. Und? Oh, ihr habt einen Freund. Ja. Also nicht er, dass er ein bester Freund. Aber mein anderer Freund hat den Skin. Und wenn ihr mal mit uns spielen wollt, dann schreibt euren Epic Games Name in die Kommentare. Ja. Und dann können wir mit euch spielen, wenn ihr wollt. Die sind auch echt gut. Mhm. Ochsen. Und? 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 Und die letzte Karte ist? Ah, wieder die. Die hast du aufgezogen. Ja. Ja. Pinky. Pinky. Jetzt das zweite Pack. Ja. Und das können wir jetzt gucken. Warte. Okay. So. Und ich hatte den seltensten Skin. Und den teuersten, den Fortnite, das war der Galaxy Skin. Und? Nee, ich dachte der war mit dem Crazy Skin. Nein, aber der ist der teuersten mit dem teuersten Rebugs. Oh, die Spitze hat den richtig gut aus. Und hier noch von Arzttermin. Aha, Arzttermin. So. Und? Boah, den kenne ich von alt. Der sieht echt cool aus. Genau. Der ist ganz schön. Boah, sieht echt krass aus. Ja. Bewertet mal, bewertet, äh, schreibt mal euren Lieblings-Skin in die Kommentare. Ja, das, das ist sehr gespannt. Ja. Machen wir direkt mal mit dem nächsten Skin weiter. Ja, Mowgli. Mowgli von Winter. Das ist, das ist, äh, Trog, keine Ahnung. Und von anderer Seite sieht der so aus. Mowgli. Guck, der denkt sich so. Ein Zombie-Fußballer. Und wir spielen auch sehr viel Fußball. Ja. Und wir spielen auch sehr viel Fußball. Mowgli. Ey, aber Leute. Guck mal, was mir jetzt aufgefallen ist. Ihr habt eine Polizeiohzeweiß. Ja, die ist ein Polizistin. Das steht aber ein F. Da steht ein F für Fortnite. Guck. Ja. Da steht ein F. Guck, das ist einfach für... Für Fortnite-Polizisten. Ja, einfach Fortnite-Polizisten. Wollte ich gar nicht. Das gibt. Ah, nee. Das bleibt ja. Hier ist ein Krieger. Hm? Ein Krieg von zwei... Der ist in Schleim reingegangen. Ja, der ist auch in den Schleim reingetallen. Ja, der ist richtig. Aber er kämpft weiter. Er ist ein Mann. So wie wir. Ja. Und die letzte Karte ist... Hier, die. Ein Mädchen. Die sehe ich auch echt. Der ist auch auf der Neurunde. Und die macht... Die macht safe Graffiti oder so. Illegal. Und ich mache mal mit der nächsten Karte weiter. Also mit dem nächsten Fett. Ja. Hier benehme Bole und Fischi. Eine sehr krasse Karte. Fischi, Fischi, Fischi. Kennst du, ne? Ah, ne, bin ich Fischi. Ah, ne, bin ich. So. Okay, und... Ich habe noch eine Landkarte. Eine Landkarte. Quadazitmo Landtarten. Ich bin einfach ein Landmeister. Ah, der ist ein Land. Metiland oder so. Und die nächste Karte ist eine... Boah, guckt euch diese Spitzhacke mal an. Ui, Mamutschka. Und dann noch eine Sägenspitzhacke oder so. Und nicht, Karte, ein Skin. Ein Sushi-Skin. Ja, der war... Alte Season. Schöpter 4. Sushi-Ai. Keine Ahnung, 10 oder so. Boah, Leute. Den habe ich heute gekillt im Fortnite. Buschi-Muschi. Buschi, der chillt immer Buschi. Guck mal, wie der aussieht. Guck mal, wer den Nase an. Das Busch. Junge, der war so schlecht, ne? Ja, der hat den hochgenommen. Ne? Guck, der ist ein Wilderl. Ja, auch mal was. Boah, guck mal, der denkt, der wäre Harry Potter oder so. Ja, Mann. So, der Kastanen als Atomom. Und nächstes Skin ist eine Barbie-Girl. Das ist wie Barbie-Werld. Ja, das ist wieder Pinky-Winky. Nur ein anderes Minky-Kinky. Aber von anderen Seite so, so. Und so immer. Ja. Und? Ein Schemese. Scheng-Jang-Jong. Mix für No-Front an die Schemesen. Ja, Scheng-Jang-Jong. Ich bin so gemeint für die Schemesen. Ein Karton in Bommeling-Jong. Nein. Nein. Die Schemesen sind Ehrenmänner. Boah, die haben krasse Spielsachen. Ne? Mein Freund, der Schemese, so geile Sachen. Ey, und mein Freund, der Schemese, der ist so gut in Fortnite. Okay, machen wir mit der nächsten Karte weiter. Die ist auch in Schlamm reingefallen. Die ist behindert. Und die letzte Karte. Oh mein Gott. Schwarzer Ritter. Schwarzer Ritter. Komm hoch, mein Affen. Oh, danke. Ah, doch kein Schwarzer Ritter. Okay. Aber der hat keine Augen. Nö. Der ist drin. Oh, der hat eine Augenmaske. Augenbrille. Ja. Mann. Manne. Manne. Warte. Schild's mal. Und Leute. Ja, mach du mal weiter. Die Fortnite-Karte. Was weiter machen mit den Karten? So nervig. Ich muss... Die sind so krank. Die sind stärker als Nokia. Ja. Die sind stärker als Nokia heute. Leute. Okay, und die allererste Karte ist... Dieses. Die ist auch in Schlamm reingefallen. Ja. Und gehen die alle in Schlamm rein. Ja. Ich verstehe das nicht. So dumm. Ne? Und dann? Und die nächste Karte... Uuuuuh. Boah, Mr. Pinky Minky. Sigma Face. Das ist der aber ein Mädchen. Oh, das sind die gleichen. Das sind Schwester und Bruder. Und Bruder und Schwester. Ja. Was ist das Wüßchen? Das ist... Du Wüßt. Das ist Hotdog. Hotdog. Ja. Ein heißer Hund. Du Hund. Spaß. Ihr seid keine Hund. Ihr seid Ehrenmänner, wenn ihr nehmt und abonniert. Guck mal, Freddy aus... Uuuuuh. In Mädchen. Period. Period. Und eine Frau, die ist bestimmt von Avengers. Ja, Anna. Und weil sie seltener halt ist, die ist... Die steht so komisch. Ne? Die ist... Und, ähm... Okay, die ist selten. Okay. Dann das hier. Ein Affen-Gorilla-Mitsch. Ein Indianer. Das Donkey kommt aus Fortnite. Oh mein Gott. Ein Odisken, glaube ich. Der ist so krass. Der ist selten. Oh mein Gott. Oh, ich hab auch einen Ort. Du bist auch ein Landmann geworden. Das ist 80er Jahren. Ne? 80er Jahren. Ja. 80er Jahren. So. 80er Jahren. Du bist dran, Nazi. Du hast keine mehr. Doch, du hast... Ich hab noch Karten. Der Zubi-Nazi war auf. Ja. Okay. Und schreibt mal in die Kommentare, wenn ihr Fortnite-Checks gekauft habt, welche ihr gezogen habt. Ja. Eure seltensten. Leute, ich bin so ein Landmann. Ey, guck mal. Noch eine Landmann. Landmann-Handmann-Handmann-Handmann. So. Oh mein Gott. Guck mal, wie der glänzt. Tschüss. Ja. Der glänzt voll. Ja. Leute, ich hab einen glänzenden. Yo. Der ist zwar nur, äh, äh, Ding hier. Ähm. Der ist aner. Gewöhnlich. Also grün. Aber trotzdem. Der ist so glänzend. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch so ein glänzenden Ding gezogen habt. Die ist echt geil. Dann glänzenden Ding. Porn wieder Pinkie-Minkie-Schminkie-Linkie. Ne? Ja. Ja. Ich hab noch von hinten. Ich hab schon mal einen. Und? Oh. Den hat auch Eunice gezogen. Oder war es vielleicht auch ich? Hier wieder diese Frau. So. Und hier einen aus Rainbow. Den hatte ich auch eben, glaube ich. Nee, den hast du nicht. Du hast einen anderen. Und? Einen Räuber. Ein Räuber. Ein Räuber. Einen Räuber. Einen Räuber. Einen Räuber. Einen Räuber. Ja, euer Räuber. Einen Räuber. Oh mein Gott. Porn ist selten. Der. Guck mal. Ein Flamingo. Der Papa, der immer geiert. Flamingo. Ey, Papa geiert. Ey, wenn ihr den im Wheelers seht, rennt weg. Er hat zwei Shotguns. Der ist ein Odin. Der macht Dumbbell Shotgun. Pew, pew. Okay, Leute. Oh mein Gott. Ich habe Aura gezogen. Einfach Aura. Aura. Das ist Maura. Ey, einfach Aura, ey. Laura. Einfach Aura, die Räuberin. Ich kann es nicht fassen. Ja. Jetzt bin ich wieder dran, Leute. Ja. Ich habe ein paar Aura gezogen. Ey, warum bin ich so gut? Ich bin besser als du. Ja, das wird der letzte Schein, ne? Ja. Ja, das hat er her. Na, gucken. Welche Kackkacken gibt es. Ja. Okay. Ich glaube, die hatten die doch eben. Ja, die hatten die. Okay. Dann haben wir eine Königstreberin. Ja, die Königstreberin. Wieder Pinky Minky. Ja, Schinke. Und wieder den Gleichen. Jetzt haben wir nochmal den Gleichen. Oh Mann. Wie geil. Und nochmal den Gleichen. Was da? Äh, 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 nein. Natürlich. Wir sind ja kinderfreundliche Menschen. Wir sind ja keine Jugendlichen. Boah, der war ein Speck. Uh, der sieht so cool aus. Mit seiner Räuberspitzacke. Na, der muss ich nicht. Hihihihi. Oh, und? Der hat Fall. Oh mein Gott, der ist am Glänzen, Juni. Brrr. Der ist, äh, 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 äh. Mundgeruch-Alarm. Der ist glänzend. Da. 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 Das waren nicht extra, Leute. Da. Und? Eine Spitz. Ah, okay. Spitz. Ja, ne? Ja, ne? Und hier seht ihr nochmal die zwei glänzenden Skins. Einmal hier von Younes. Max Haut. T-N. T-N. Und hier nochmal den Glänzenden von Mating Games. Ja. 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 Gut, 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 gut. Ja, Leute. Verpasst dich. Und ich hoffe und tsch рав auf den. Ja. Ui, uu. Ah.